Ach ach! Du sollst nun gar keinen Bekommen! Erst verstehst Du mich? Sonst machst Du so komisch?! Und das heißt es Älterungsvolat! Räääää!! Ey Leute was macht die da für ein Labalabalabalabalala ... Was soll es denn? Du machst'n Passen um mich zu reden oder was? Du wirst den Klingel in einer Angst treffen! Komm und bekomm dir das Dägen, wenn du Gott noch mal in Ordnung hast! Er kann auch in Ordnung, was kriegst du denn so provokant hier? Oh, da kommt mir die Koste aus dem Arnuss! Aus dem Arsch! Jesus, kriegst du da, kann auch in Ordnung! Okay, ich hab mich jetzt... Kling erstmal Maria Gron, dann geht's dir wieder besser! Mein Gott, ey! Okay, okay, ich sing jetzt! Oder was, ich rebe! Ich rebe jetzt, ich rebe jetzt, wenn ich die Vanessa rebe jetzt hier! Okay, okay, mhm, aha, mhm! Warte, ich will erstmal Kohlensäure loslassen, hier! Genau, so! Alle Poppiliten, ich zahle, das musst du raus! Ja! 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 kyllwa! Ja! 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 Oh mein Gott, ich kann ja gar nix, ich kann gar nix. Ey Leute, kommt doch an die Seite, wir müssen gehen, wie wir sind. Leute, wir müssen echt gehen, wie wir sind. Wie weiss? Was hat das? Was? Ich mag auch schicken, was es hat. Ich schicke dir eine Lieferung über die Saranzo. Oder etwas passendes für dich bei Saranzo. Wer weiß aber, ich will es gleich immer finden. Und dann würde es gleich auch... Schön, schön, mich ist gewinne. Ah, dann geht's noch weiter. Geh jetzt einfach von Leuten auf die Eier. You're walking! Ah, tav. Machig! Ha. Hou, Habt doch schon was dein Watte gemacht, verdammt scheiße. Das kann ja nicht schwer als wir. Als ich dich auch mal machen. Aber wenn, ja, was ist denn das? Musik Ja, ja, ja. Ja, 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 ich hab ja auch mit Talente. Talente.